Franzis Fultons mit 52 schwebt auf Wolke 7. Der Schauspieler ist frisch verlief. Die Unternehmerin Claudia hat sein Herz erobert. Bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth absolviert das Paar seinen ersten gemeinsamen Auftritt. Der, Familie Dr. Kleist, Starr verriet gegenüber, gilt, dass er und die Unternehmerin Claudia noch nicht lange zusammen sind. Es ist noch ganz frisch, aber ja, wir sind zusammen, so der Schauspieler. Ken eng ernt hat sich das Paar über gemeinsame Freunde in München. Seine neue Freundin ist laut eigener Aussage Brezel-Fabrikantin und die Repräsentantin der bayerischen Gastronomie in den USA. Von seiner langjährigen Ehefrau-Vereiner-Fultons mit hatte sich der Dr. Kleist-Darsteller letztes Jahr überraschend getrennt. Die Belongine, die zwischen Las Vegas, Miami und München pendelt, verrät außerdem, dass sie bereits die Kinder ihres Partners kennengelernt hat. Aus der Ehe mit Verena-Fultons mit hat Franzis Fultons mit die Töchter Jolene, 8, und auch 3, 5. Wir leben in einer Patchwork-Familie. Das funktioniert sehr gut, so Claudia. Und Franzis Fultons mit hat dank seiner neuen Partnerin deren Wahlheimat USA ins Herz geschlossen.